Q-Pop Hey, hab schon angedacht Q-Pop 6, 5 5 Machst du sogar Zeit, hörst du sowas? Wuhu! Wuhu! Alter So Soll ich dich als Transport noch nehmen oder jemand anderem? Wenn du es mir Calls Hab sie mir keine Knick im Kopf Ich habe meine Open in Grothafark Ich bin da, 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 ich bin da Das Das Da Das hat irgendwas mit den Waffen zu tun, die sie in der Hand hat oder nicht? Oder vom Attackennamen eins von beiden? Waffenbuff Jedes Mal, wenn sie Dornmantle castet, wechselt sie eine Waffe Wenn sie den Chakrabuff hat, ist es ein In Wenn sie den Speerbuff hat, macht sie ein Kreuz-Au-E Wenn sie den Stab-Buff hat, macht sie einen Out Ja, ich achte zu stark auf meine Rotation gerade Und die hat noch irgendeine Waffe im Extreme, da musst du vorbeziehen, also hinter sie Du bist mit Kreuz, ein Plus oder ein Kreuzkreuz? Plus die richtige frage oder nicht sowas gibt es ja jetzt die waffe ist aber schwer zu sehen ab und zu oder ich gucke sie die ganze zeit an das wird wieder los davon gibt es eine reine folge den meisten machen süden und dann clockwise ich würde sagen hier gibt es keinen großen unterschied dafür aber hey man will die halt gemeinsam machen da wirst möglichst weit am rand ja das weiß ich also das hier kriege ich gerade so hin ja Danke. was war das schwert out na das zählt aktuell noch nicht muss erst dahin wechseln schade ich wollte einmal schlau sein in spread jetzt habe ich verdrückt scheißen die kommen dann gleich wieder zurück schaue ich nicht rechtzeitig damit das ist ein snout ok was hat mir wehgetan als es sollte da hätten gerne ein paar leute mehr mitstecken können da wirst du weg von den linien generell am ende der linien auch eis bauen da ist er klein tankbuster bei den anderen beiden das ist der trinkbuster das wird das freut ich bin tot tatsächlich habe ich gerade keinen unterschied von dem bild gesehen weil ich dachte ich habe mir die ganze zeit ein schwert angeguckt zwischendurch aber nö das war ein stab naja shit happens du gehst nach da du gehst nach da ich will hier stecken du gehst nach da du gehst nach da ich will hier stecken und wenn die andere wir stehen bleiben das ist nicht aber auch die wir so wehken sie gehen und spread es kommen wieder Wellen mit du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin warum Stack wird denn das so komisch in der Mitte? ich muss mir erst mal die Wellen angucken ja die Wellen waren halt schon so ewig da warum hab ich das gehittet? ich habe riesengroße Schmerzen der Stab war doch ein Out oder nicht? ja, der Stab ist Out dann hab ich zu spät